...durchsetzung zu tun haben. Oder kennt ihr einen Copyright geschütteten Film? Mama, ich schicke dir einen Link und Gottes Willen, mach dich doch nicht straffer. Aber die Informationsgabe muss weiterhin sprachfrei bleiben. Durch die Übersiedlung von Akta in Ipren ist aber die Weitergabe von Links schon mit bis zu 4 Jahren Haft bedroht. Denn das geht nicht. Freies Wissen, freie Menschen, freie Kultur. Musik. Für die, die das etwas hart ist, aber das ist wirklich der Offiziere. Philipp Karl Marx vom Malwin Sie werden immer wieder zu uns angewiesen. Musik und Musikbild aus unserer Ochte und Philosophie verlagert. Das geht für mich. Freies Menschen, freie Kultur und freie Einfl summarize! ...eure europäischen Steffen gegen ACTA. Die Kunst und die Kultur müssen sein bleiben. So, die betrifft jeden Österreicher. Eure gesamte Kommunikation, euer Standort, alles wird in Echtzeit gespeichert. Wollen wir das? Genau das ist möglich. Das können wir nicht zulassen. Das ist das Schwesterparlament, wenn man sich für eure Tanzen hofft. ...eure europäischen Hertha wird in der Geschichte von ACTA und ACTA. 5. Akta! 4. Akta! 5. Akta! 5. Akta! 5. Akta! Scheiß um! Das war's für heute. Wiener Statt! In Spazomen, helft uns! Die Partei von Jan Schank, die wir jetzt sprechen können und den vielen allen Organisatoren und Unterstützern dieser Demonstration, die ihr jetzt hören werdet. Und den Anfang wird machen Andreas Krisch vom Verein für Internetbenutzer Österreichs. Gratulation dazu, was ihr in den letzten Worten, was ihr in den letzten Worten, der Staat in den Ausdruck. Die Demonstrationen in ganz Europa inklusive den Energien in Wien, in Österreich, in allen Städten und Demonstrationen waren die Proteste zum Internet, All das hat dazu beigetragen, dass die Europäische Kommission unsere Bedenken nicht länger ignorieren kann. Sie haben sich jetzt entschieden. Der EU-GP wird ACTA nur gegen die EU-Verträge prüfen, das heißt die Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten. Das heißt die Prüfung wird nur behandelt, ob ACTA den EU-Verträgen unter den Mitgliedstaaten entspricht, aber nicht ob ACTA mit sämtlichen EU-Richtlinien und Verordnungen kompatibel ist. Das heißt die Kritik bleibt aufrecht. Es sind spannende Formulierungen in ACTA, es ist ein intransparenter Prozess, der zu ACTA geführt hat. Dieses Abkommen kann schon nicht verabschiedet werden. Von Weit vom Verein für Internetbenutzer Österreichs. Die Internet-Service-Provide in die Rolle der Internetübermacher, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die am 1. März in Österreich in Kraft treten wird. Der Kern der Sache, wir stehen an einer Weckgabelung, an einer Gabelung, was darum geht zu entscheiden, wie künftig, wie es künftig um unser Kommunikationsgeheimnis bestellt wird. Ob wir in Zukunft noch anonym und geheim miteinander kommunizieren können oder ob immer ein großer Bruder da ist, der uns dabei zugehört, mitprotokolliert und überwacht. Wenn man politisch arbeitet, dann kann man es nicht durch irgendeine Zivilbevölkerung und eine Zivilgesellschaft. Wir können das gar nicht alleine machen. Und ihr seid so wichtig, ihr habt keine Ahnung, wie wichtig ihr für die Politik seid. Weil ihr demonstriert nicht nur gegen ACTA, ihr demonstriert für Demokratie. Und das ist wichtig. Die Vorworter gegen ACTA Gegner ist jetzt knapp vor der Pause. Die erste Spielhälfte ist fast vorbei. Und heute haben wir das 2-1 geschossen und führen. Es ist gut, dass ACTA jetzt geprüft wird vom EuGH. Aber die Kommission hätte das nicht gemacht, würden nicht am 11. Februar europaweit hunderttausende Menschen demonstriert haben. Steigen aus ACTA aus, weil offensichtlich irgendjemand etwas verhandelt hat, von dem nicht einmal die Regierungen wussten, was drinnen steht. Als also ihr gefragt worden ist, wieso hat unser Land in ACTA unterschrieben, geantwortet, ich habe keine Ahnung, was wir da unterschrieben haben. Und wir wollen schon gar nicht, dass nur eine Lobby sagt, welche Tür aufzumachen ist. Und deswegen, wir demonstrieren für Demokratie, weil Demokratie bedeutet, alle sitzen an einem Tisch und verhandeln. Künstler und Künstlerinnen genauso wie unsere Vereine, die heute hier sprechen, die Datenschützer, die Konsumentenschützer. Sie alle müssen an diesem Tisch sitzen und das digitale Zeitalter hat neue Herausforderungen und die Politik muss sich endlich darum kümmern. Wir demonstrieren weiter, sei es gegen die Vorratsdatenspeicherung, sei es wenn ACTA zurückkommt, sei es IPRETS, wenn es denn kommt. Und eines haben wir der Kommission heute auch gesagt. So verhandelt ihr nie wieder, nie mehr. Und gerade wir, Web-Community, wir wissen, was Transparenz heißt. Und deswegen mehr Transparenz, Offenlegung der Verhandlungsakten von ACTA. Wir wollen sie sehen, alle, alle Protokolle veröffentlicht sie heute noch. Und Transparenz bedeutet auch Offenheit, Offenheit für Systeme, Offenheit für Beteiligung, eine Demokratie, die beteiligen lässt und die alle mitsprechen lässt, die etwas zu sagen haben. Und ihr habt was zu sagen. Und deswegen stehen wir hier. Eine Partei, eine NGO, eine Partei. Also Reißverschlussprinzip. Das heißt, jetzt ist wieder eine NGO dran und zwar die Initiative für Netzfreiheit und von der spricht heute Markus Stoff. Bitte schön. ACTA. Was ist ACTA? ACTA ist vor fünf Jahren entstanden als unter anderem die Kopierindustrie. Und ich benutze hier bewusst das Wort Kopierindustrie. Die Politik eingeladen hat, mit ihnen ein internationales Abkommen auszuhandeln. Die Verhandlungen im Geheimen durchzuführen. Und das aus guten Gründen. Weil die Verhandler von Anfang an wussten, dass dieses Abkommen nicht in unserem Interesse ist. Wir sind darin, dass bis heute noch nicht einmal die Parlamente Zugang zu den Verhandlungsakten haben. Wie soll man das beschließen, von dem man eigentlich überhaupt nicht weiß, wie und weshalb es zustande gekommen ist? Das ist angesehen. Ein dritter Grund ist, dass der Text extrem vage gehalten ist. Niemand weiß, wie die Nationalparlamente diesen Vertragstext in Gesetze gießen werden. Die Verhandlungsprotokolle durchliest. Aber bei ACTA, leider, leider sind die geheim. Das bedeutet, unsere Parlamente können gar nicht beschließen, was die Intention hinter dem Abkommen ist. Was sie beschließen, ist nachher Interpretationsspielraum und wird von Gerichten aus unitiert werden müssen. Und das wollen, wie ihr hier alle zeigt, nicht. Aber ACTA hat doch noch eine positive Seite. ACTA hat eine Diskussion, ja, lasst mich einmal. ACTA hat eine Diskussion darüber losgetreten, wie das Urheberrecht in Zeiten des Internets aussehen kann. Und es hat einen Diskussionsprozess darüber gestartet, wie wir mit den neuen Möglichkeiten der Kommunikation umgehen wollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir klar machen müssen, dass wir keine Vorratsdatenspeicherung wollen. Aber eines hat ACTA nicht, ACTA hat nicht verstanden, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft im Jahr 2012 sind. Und daher gehört ACTA ad ACTA gelegt. Christian Marien von der Piratenpartei. Also, dass die EU-Kommission das jetzt an den EuGH weitergeleitet hat, das wurde schon erzählt. Ich bin nur immer sehr erstaunt darüber, dass offensichtlich unsere demokratisch gewählten Vertreter nicht darüber wissen, was die drei Mächte in einer Demokratie sind. Nämlich die Legislative, die die Gesetze erstellt. Die Exekutive, die darauf aufpasst, dass sie eingehalten werden. Und die Judikative, die darüber entscheiden, ob das dann auch gerecht war. Jetzt fragt die Legislative zuerst einmal die Judikative, ob das, was sie beschlossen hat, auch wirklich in Ordnung ist. Also, wer in Österreich weiß überhaupt, was da unterschrieben worden ist? Der sagt sinngemäß, ich weiß gar nicht, was die Demonstranten alle haben. Die Regierungen waren doch eh dabei. Ein bisschen achten, Herr parlamentarische Geschäftsführer. Die Regierungen waren gar nicht dabei. Wissen Sie, wer dabei war? Eine gewisse Frau Maria Pratt. Jetzt können wir dem Akteabkommen auch ein paar positive Dinge abgewinnen. Jeder von euch kennt die Straßenhändler, die DVBs verkaufen, die in Wirklichkeit gar keine DVBs sind. Die Zippo-Feuerzeuge verkaufen, die höchstens drei Stunden funktionieren. Aber wer hat den Akte unterzeichnet? Oder wer soll es unterzeichnen? Die Europäische Union, USA, Kanada, Japan, Schweiz und so weiter. Aber nicht China. So, und was ist mit der Industrie? Was ist mit der Industrie? Was ist mit den Verwertern? Da gibt es von Sony Music, ein bekannteres Datenmädel, einen Verantwortlichen für die Musik. Ein gewisser Herr Berger, der sagt vorige Woche, das Internet ist ein Segen für die Musikindustrie. Er beklagt aber auch, dass zu viel heruntergeladen wird. Aber wenn das alles so ein Segen ist, warum sind denn die Künstler mit dem Verwertungsmodell unzufrieden? Warum entstehen so Dinge wie die Creative Commons Linsens? Warum werden alternative Verwertungsgesellschaften versucht zu gründen? Und während sich die Verwertungsgesellschaften noch mit den Computerfirmen streiten, ob Festplatten jetzt zum Speichern von Privatkopien von urheberrechtlich geschützten Materialdienern oder nicht, und ob dafür jetzt eine Urheberrechtsabgabe fällig wird oder nicht, haben wir unsere Tracks und unsere Videos schon längst in der Quau. Gehen wir eine Reform des Urheberrechts an, stoppen wir Akta. Ein bisschen selbst, und zwar Alexander Sander vom LO-PNA, der auch in Vertretung spricht für den unabhängigen U-Abgeordneten Martin Ehrenhauser. Bitteschön. Ja, danke. Hallo. Also erstmal, das ist eigentlich die Unbeleutung. Danach hat die Kommission uns vorgeworfen, antidemokratische Motive beim Leben zu beenden. Aber ich sehe hier keinen antidemokratischen Motiven. Ich sehe hier keinen antidemokratischen Motiven bei der Kommission, die Dokumenten der Heimhäuser nicht zur Verfügung stellen. Auf die lange Bank schiebt. Aber das wird nicht klappen. Wir werden ja auch in einem Jahr noch nicht. Denn wir werden auch in zwei Jahren, in drei Jahren, oder wenn es sein muss, auch in zehn Jahren noch nicht. Und die Kommission versucht hier draußen, mit dem Akta durch die Hinterführung durchzusetzen. Also es ist ein Wasser am Neude. Letzter Euro wurde auch eine Hochnöpfung vorgestellt zur Durchsetzung von Eigentum und so weiter und so fort. Und da stehen genau dieselben Dinge drin, die im Akta vorher wieder rausgeschrieben wurden. Also hier wird es versuchen, einem privaten Unternehmen Rechtsdurchsetzung zu überlassen. Das ist fundamental in unserem Rechtsstaat. Und das führt halt zu Netzstäben. Das führt nach oben, dass die Kontenindustrie und was wir brauchen, ist ein Urheberrecht, was Kultur schafft. Und was den kulturellen Austausch zwischen euch, zwischen den Leuten gefördert und nicht verhindert. Und das ist, was wir brauchen. Und ich sage euch, wir brauchen einen langen Atem. Das dauert schon ewig, bis wir dieses erkämpft haben. Aber wir brauchen diesen langen Atem. Ich glaube, ihr habt diesen langen Atem. Und ich glaube, wir werden es hier noch oft nehmen. Wir werden hier einen Bundesreuerbereich kämpfen. Wir werden vom Datenschutz kämpfen. Und wenn ihr weitermacht, glaube ich auch, dass wir die Vorratsdatenspeise wieder stoppen können. Wir können das super starten. Und wir können auch so absurde Sachen mit Bankkonten überwarten und andere coolen Bierpläder haben. Das ist ja auch klein. Das hat sich in der Regel auch von der Sitzung drin. Von antivatorialen Medikamenten kann man gut leben, sein ganzes Leben damit leben und das Stimmen werden spielen. Und das zweite, der zweite Themabereich sind landwirtschaftliche Tutanker, das sind Saat und Nahrungsmittel. Seit vielen Jahren hier Lebensmittel, Nahrungsmittel, wozu sie leben. Und diese internationalen Konzerne haben nichts anderes im Sinn, als damit Profit zu machen. Die wichtige Unterstützung hätten wir da drinnen und auch nicht die Power und die Macht und die Möglichkeit, das zu stoppen, auch in Österreich. Ich danke euch dafür. Und egal, wie es kommt, und das haben schon einige Redner vor mir gesagt, jetzt kommt ACTA, diese Verteilung ACTA. Später jetzt kommen wir als Inrede und Exonstigen. Wir müssen kämpfen, sowas wie ein Global Public Knowledge für Eigentum von Wissen, das uns alle betrifft, das uns alle leben lässt, das für uns Lebensgrundlage ist. Und ich danke euch sehr, sehr herzlich für diese tolle Kundgebung, für diese tolle Unterstützung. Und bitte bleibt weiter dran, wir haben den Kampf noch lange nicht gewonnen. Danke sehr. Eins haben die Proteste gegen ACTA schon gezeigt. Wenn wir viele sind, können wir auch viel erreichen, ohne dass wir viel Geld haben, wie die Millionäre und die Lobbys, die dieses ACTA-Abkommen gemacht haben. Wir haben die Debatte rund um ACTA für mich auch keinen positiven Aspekt. Tausende, sehntausende, hunderttausende Jugendliche in ganz Europa puren politisiert und haben sich zusammengeschlossen, haben sich organisiert und sind für ihre Interessen auf die Straße gegangen. Jede Generation, die mit bekären Beschäftigungsverhältnissen, mit überhöchten Schulgassen, unteraustellen oder mit mangelnden Lehrstellen konfrontiert ist. Es gibt uns doch alle, in welcher Welt leben wir eigentlich, wenn es kriminell ist, einen Betreid anzulogen, es aber auf der anderen Seite legal ist, wegen dem Urheberrechtsschutz kostengünstige Medikamente zu verhindern. Oder in welcher Welt leben wir, wenn es kriminell ist, wichtige Forschungsergebnisse weiterzugeben, es aber legal ist, in die AfD-Gröne hunderttausende junge Menschen auszupräuschen. Aber eine ist nicht so schön, wir haben vergessen, nicht so... Stopp Achter! Stopp Achter! Stopp Achter! Stopp Achter! Wir haben die ganze Einzelböcher die Jugendlichen und die Internetnutzer auf die Straße gegangen, weil wir ein Anliegen haben. Stopp Achter! Stopp Achter! Sie sitzen noch einmal, genau was wir wollen. Stopp Achter! Stopp Achter! Stopp Achter! Stopp Achter! Stopp Achter! 60.000 Menschen für ein netzpolitisches Thema. Ich glaube, so was hätte sich niemand gedacht, auch wir nicht. Aber wir werden das reintragen in dieses Parlament. Mitte März sind wir dort im Petitionsausschuss und dann, wenn wir ernst genommen werden oder auch nicht, hören wir nicht auf. Es wird auch eine Verfassungsbeschwerde geben gegen die Vorratsdatenspeicherung, die wir als Arbeitskreis vielleicht wisst, ab 1. April 2012 tritt die Vorratsdatenspeicherung in Österreich in Kraft. Sprich, wir können das nicht mehr verhindern, es wird so sein, aber am Tag davor, am 31. März, werden wir wieder demonstrieren. Details habe ich jetzt noch nicht, aber schaut auf akvorrat.at, vor allem nicht abhorn, weil es gibt hier noch dieses MP3-File da auf diesem Rechner, das von ein paar Bekannten mit Masken gesendet wurde und ich glaube, wir wollen alle hören, was sie zu sagen haben. Wir beobachten seit längerem mit Sorge den Trend der Regierungen auf aller Welt, sich ihre Ziele von einschlägigen Interessensvertretungen und Lobbyisten vorschreiben zu lassen. Diese Haltung von gewählten Vertretern und Vertreterinnen des Volkes ist nach unserem Demokratieverständnis nicht nur unethisch, sondern schlichtweg untragbar. Da unsere Politiker weder in der Lage noch dazu gewählt sind, die möglichen Konsequenzen von ACTA zu begreifen, werden wir sie ihnen einmal mehr vor Augen führen. ACTA, das Anti-Counter-Fighting-Treat-Reglement, ist als international geltender Rechtsstandard angedacht, der den Schutz von geistigem Eigentum sicherstellen und die Interessen der Rechteinhaber und User ins Gleichgewicht bringen soll. Von Gleichgewicht sehen wir nichts. Durch sogar für Juristen unklare Formulierungen, insbesondere Artikel 11 und 27, könnten Profiler dazu gezwungen werden, das Nutzungsverhalten ihrer Kunden zu überwachen und, nach dem in Frankreich eingeführten Free-Strikes-Prinzip, den Internetzugang nach drei Urheberrechtsverstößen zu entziehen. Die Profiler wären dazu verpflichtet, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen und könnten sich in anderem Fall sogar selbst strafbar machen. ACTA hätte zur Folge, dass sogar private oder gar vertrauliche E-Mails hinsichtlich ihres Inhalts kontrolliert werden müssten. Bilder oder Ton-Dateien, auch wenn diese selbst erzeugt wurden, könnten nicht mehr mit ruhigem Gewissen per E-Mail verschickt werden. Überdies wäre eine Nutzung von Anonymisierungsdiensten wie TOR oder P2P-Netzwerken, nach Artikel 27 Absatz 6a, illegalisiert, da dies schon als Vorbereitung zu einer Straftat gelten kann. Doch nicht nur digitale Medien sind von den Bestimmungen in ACTA betroffen. Auch beim Vertrieb von lebenswichtigen Medikamenten nimmt ACTA massive Eingriffe vor. ACTA schützt die Idee eines Produktes. Was bedeutet das Medikamente mit der gleichen Wirkung, sogenannte Generika, verboten werden könnten? Der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zufolge, könnte das geplante Abkommen Generika aus Indien zusätzlich betreffen. Das asiatische Land liefert als, sogenannte Apotheke der Armen, 80% der HIV-Medikamente, die unter anderem in Afrika eingesetzt werden. Ein weiterer Dorn in unserem Auge ist die mit 1. April 2012 in Österreich geplante Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung bedeutet für jeden Bürger, dass sämtliche Verbindungs- und Standortdaten von Telefon, Handy und Internet protokolliert und sechs Monate lang archiviert werden. Behörden können jederzeit überprüfen, mit wem eine bestimmte Person zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort telefoniert hat. Dies gilt gleichermaßen für jegliche Aktivitäten, für die eine Internetverbindung erforderlich ist. Das Innenministerium begründe das Vorhaben damit, Terrorismusprävention betreiben und ein weiteres Hilfsmittel bei der Aufklärung von Verbrechen zur Verfügung haben zu wollen. Was die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung nicht sehen wollen ist, dass die VDS erwiesenermaßen nicht zur Senkung der Kriminalitätsrate oder Terrorismusbekämpfung beitragen wird. Da jemand, der vorhat illegal aktiv zu werden, Vorkehrungen trifft eine Ausforschung zu verhindern. Zudem sind Daten, die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung gesammelt werden, leicht manipulierbar, da die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen werden. Wenn es Kriminelle darauf anlegen, können Verbrechen problemlos unbeschaltenen Personen in die Schuhe geschoben werden. Abschließend stellt die VDS einen enormen Eingriff in die Pressefreiheit dar. Kritische Journalisten könnten durch die Behörden verfolgt. Informanten ausfindig gemacht werden. Die Ironie daran, jeder einzelne österreichische Staatsbürger bezahlt diesen Überwachungswahn mit Steuergeldern oder Gebühren. Setze ein Zeichen und verschreibe die Bürgerinitiative unter www.zeichenmit.at und verhindere einen Überwachungsstaat gegen ACTA, gegen VDS, für eure Privatsphäre und Freiheit. Ihr seid nicht allein. Wir sind anonymisch. Die Piraten und alle anderen Menschen, die Piraten machen nicht nur Politik, wir machen auch Party. Wir fahren jetzt weiter in den Seen und Freutpark zum Tanzen! Tanzen braucht freie Musik! Stopp ACTA! Und jetzt! Tanzen braucht man eine Verfahrt durch. Entschuldigung! Malmäßig so! Mal Quitặp! Malmäßig so! Malmäßig so! Malmäßig so! Malmäßig so! Malmäßig so! Untertitelung. BR 2018